Hinter Dummen Breels, nun gut, der ist überragend weit vorne, aber nah dran an den anderen, die da vorhin noch liegen. Kiotr Schüber, kommt der hier zurecht mit dieser Mischung aus Sprung und Tempo, ja, tut er! Widerstark, gestern schon unter den Top-Tennen, 141 Meter, die Polen rocken die Schanze in TTC Neustadt. Mit Polen haben wir ausgesprochen, guten ersten Teil des Fluges, Absprung und Absprungübergang und dann die letzte Phase. Die suchen sie regelrecht, dass sie versuchen in der letzten Phase nochmal den Sprung richtig anzudrehen und dann noch Meter zu holen. Mikral Dolezal ist in Tscheche, war Co-Trainer von Stefan Hongara und ist jetzt der Chef. Und hat das Sagen, und so langsam kommen auch die richtigen Erfolge nach dem Fischhansen-Tonis.